Willkommen meine lieben Nintendo Switch Freunde zu einer neuen Ausgabe der Nintendo News und heute haben wir mal wieder ein paar Neuigkeiten, insbesondere zu Super Mario Bros. Wonder, was ja am 20. Oktober entscheidet und mit einer Entscheidung von Nintendo, ja die wir dann ja, also ja da müssen wir nochmal drüber sprechen und ich bin irgendwie ein bisschen erkältet habe ich das Gefühl, soll aber dem ganzen Video hier keinen Abbauch tun, ich würde sagen wir starten mal rein mit der ersten News und zwar geht es um Pikmin 5, ja kein Sprechfehler, Pikmin 4 ist ja natürlich gerade erst rausgekommen und in einem Interview mit Eurogema hat dann der Produzent von Pikmin 4, Takashi Tezuka noch gesagt, dass man jetzt wahrscheinlich auf den Nachfolger nicht nochmal, wie lange war es, 10 Jahre warten wird, sondern ein bisschen schneller. Pikmin 4, ich habe es derzeit immer noch nur mit meinem Sohn im Koop-Modus gespielt, hoffe, dass er es jetzt mal bald durch hat, dass ich das auch mal spielen kann, muss aber tatsächlich sagen, so was ich bisher gesehen habe, macht es wahnsinnig viel Spaß, auch mein Sohn hat da super viel Spaß mit und ich habe ja damals Pikmin 1 und 2 gar nicht gespielt, die kommen ja auch auf die Switch, die werde ich mir auch definitiv holen, Pikmin 3 Deluxe war praktisch mein erstes Pikmin und Pikmin 4 hatten wir ja schon in einem der Videos, hat sich auch super verkauft, da hatten wir zwar nur die Sales Daten aus Japan, aber die konnten sich natürlich schon sehen lassen und ich glaube es macht halt auch Sinn dann das Franchise nicht nochmal so lange warten zu lassen, das kennen wir ja mit anderen, Animal Crossing war ja auch über 7 oder 8 Jahre, mussten wir auf einen neuen Teil warten und das ist ja auch mit eines der erfolgreichsten Spiele für die Nintendo Switch. Deswegen einfach abwarten, wann wir ein neues Pikmin sehen werden, jetzt natürlich nicht in der Zukunft, aber wahrscheinlich müssen wir auch keine 10 Jahre mehr warten. Am 14. September kommt dann Baten Kytos 1 und 2 HD Remastered raus, das war ja auf der, war das in der letzten Direct oder vorletzten Direct, wurde es ja vorgestellt und es gab jetzt auch dann nochmal eine Aussage zu, nämlich hat man sich dazu entschieden, dass man dieses Spiel nicht in englischer Sprachausgabe vorfinden wird. Man hat sich dazu entschieden, aus verschiedenen Gründen eben das nicht zu tun, ich kann es jetzt nicht so ganz nachvollziehen, also es ist natürlich immer auch bei JRPGs oder grundsätzlich so, stelle ich selbst oft die Sprache vom Englischen ins Japanische, weil ich finde, es ist manchmal einfach cooler und einige, ich sag mal, einige Voice-Overs sind halt in Englisch ein bisschen auch deplatziert und manchmal passen auch meiner Meinung nach auf die Stimmen halt nicht zum Charakter, aber ich denke für den einen oder anderen, der es dann doch häufiger in Englisch spielen möchte, um es lieber zu hören, statt zu lesen, wird das gegebenenfalls ein kleiner Nachteil sein. Da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu in den Kommentaren schreiben. Ich finde es nicht so wahnsinnig dramatisch, weil ich es häufig auch umstelle, aber ich denke für den einen oder anderen ist das ein kleiner Minuspunkt. Dann geht es um die Amiibo-Verpackung, die wildesten Gerüchte darum. Ein Mitarbeiter aus einem französischen Retailer-Store hat, die haben neue Restock bekommen von den Super Smash Bros Amiibos und die sehen alle gleich aus, nur die Rückseite sieht ein bisschen anders aus. Bisher war ja immer auf der Rückseite immer noch die Wii U 3DS und dann mit den kompatiblen und die Switch war ja auch dann da und mittlerweile, oder die neuen Verpackungen sehen wohl noch aus, dass hinten draufstehen, dass man das mit kompatibler Software nutzen darf und ich glaube, das macht halt auch Sinn. Vielleicht ist es auch ein Preis-Ding für die Verpackung, aber B sicherlich auch. Viele packen ja die Amiibos auch nicht aus. Ich habe auch einige Amiibos, die ich hier im Schrank stehen habe, die ich ausgepackt habe, aber ich habe auch viele Amiibos hier und hier und in anderen Regalen, die noch in der Verpackung sind und ich glaube, es macht einfach langfristig, also ich finde jetzt da jetzt, finde ich das ganz okay, dass man da vielleicht, sage ich mal, Amiibos, die jetzt neu rauskommen, auf eine einheitliche Verpackung macht und egal, welche Konsole in Zukunft rauskommen wird, muss man es dann halt nicht nochmal die Verpackung ändern. Ist vielleicht einfach auch dem Grund geschuldet oder vielleicht ist es jetzt auch nur eine Charge, wo es so ist. Ich weiß es nicht, aber es scheint so, dass Nintendo das eben halt aus den Gründen macht. Wie gesagt, ich finde da jetzt auch nichts dramatisch dran und ich stelle ja eh nicht rückwärts ins Regal. Von daher soll mir das mal ziemlich egal sein. Bevor wir gleich noch ein bisschen mehr auf Super Mario Bros. 2 Wunder, äh Super Mario Bros. Wunder eingehen, gab es einen interessanten Artikel, dass es eben kein Deadline für die Entwickler gab und da zeigt auch mal, dass Nintendo wahrscheinlich einen ganz anderen Weg geht, wie fast alle Publisher, ja, die irgendwie Deadline haben und dann wird gequanscht und dann kommen meistens auch irgendwie am Ende des Tages schlechte Spiele raus. Mit Tears of the King hatten wir es ja auch schon, dass es verschoben worden ist, dass es dann wieder noch ein bisschen aufgehübschter werden kann oder Fehler verbessert worden sind oder sonstiges. Und ich glaube, da hat Nintendo schon so ein relativ Alleinstellungsmerkmal, wenn man einfach den Entwicklern so viel Zeit gibt wie möglich, denn es gibt dann auch vielleicht neue Ideen, die sich dann erst über die Zeit entwickeln und ich glaube, so was ich bisher gesehen habe, wie gesagt, wir gehen da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, wird Super Mario Bros. Wunder wirklich ein hervorragender Titel werden und ich finde es grundsätzlich gut, dass man als Publisher da wieder keinen Druck ausübt. Ich kann natürlich auch die andere Seite verstehen, am Ende des Tages geht es nur um Geld, nur Nintendo hat natürlich auch andere Sparten, die verdienen ordentlich Geld, das sehen wir jedes Mal wieder in den Jahresberichten von Nintendo und in den Financial Reports. Von daher würde ich mal gerne eure Meinung haben, ob ihr das euch auch mal wünschen würdet, weil da gibt es ja schon das eine oder andere Spiel, was auf PC oder Konsole erschienen ist, was man sagen kann, ja okay, es ist nur so schlecht geworden, weil die Entwickler halt einfach diesen Zeitdruck haben und das macht manchmal dann einfach tatsächlich ein Spiel von Anfang an uninteressant und irgendwie hat man vielleicht dann auch später keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach am Anfang schon schlechte Rezensionen bekommt. Kommen wir mal wieder zu News der Switch 2 oder zu Leaks oder zu Gerüchten eher gesagt oder wie auch immer die Nachfolgekonsole der Switch heißen mag. Einer der bekannteren Leaker, I am a Hero 2, der in der Vergangenheit häufiger richtige Aussagen getroffen hat bezüglich Sega, Atlus und auch Square Enix, hat sich wieder mal mit einem Posting geäußert, weil unter seinem Namen wohl in Discords falsche Äußerungen bekannt gemacht worden sind und er hatte gesagt, okay, er hat sich jetzt nicht nur auf die Switch bezogen, sondern es ist ein Teil davon, es ging auch ein bisschen um Sega, um andere Dinge und auch insbesondere um Final Fantasy VII Remastered. Aber er sagt wohl, ja, es sind Dev Kits 2 draußen für die Switch 2. Ja, es gibt wohl eine Abwärtskompatibilität, was einige freuen würde. Wie gesagt, das ist immer noch ein Gerücht. Es gibt auch neue Cartridges. Dann denkt man, wie soll dann die Abwärtskompatibilität gehen? Aber das hatten wir ja mit dem DS und 3DS ja ähnlich. Aber es sollen wohl neuere Kartenslots verfügbar sein. Und es soll wohl auch ein Kamera-Feature geben. Das wäre also typisch Nintendo, dass man vielleicht über die Kamera wieder neue Spielmöglichkeiten gibt oder sonstiges aufzeigt. Also das halte ich mal für ein Feature, was ich mir sehr gut vorstellen kann für den Nachfolger der Switch. Ob das nachher gut wird oder wieder ein Plop wird, müsste man dann sehen. Aber das ist so wirklich Nintendo-like. Und er sagt auch noch dazu, dass Final Fantasy VII Remastered wirklich hervorragend aussieht und es läuft wie ein PlayStation 5 Game auf dem Switch 2 Dev Kit. Und dass der Port auch nicht wirklich allzu lange gedauert hat. Und er könnte sich gut vorstellen, dass es eben auch ein Launch-Titel sein wird für die Switch 2. Wie gesagt, immer daran erinnern, das sind natürlich nur Gerüchte. Daran muss nichts sein. Am Ende des Tages werden wir das sehen. Wenn irgendwann diese Konsole vorgestellt wird und wenn da eine Kamera bei ist, dann lag er wahrscheinlich nicht ganz dort daneben. So, dann kommen wir mal zu der Direct von Super Mario Bros. Wanda, die ja letzte Woche stattgefunden hat. Wir haben uns das im Stream zusammen auf Twitch angeguckt. Wer mir auf Twitch noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Das Spiel kommt ja am 20. Oktober. Und ich muss grundsätzlich sagen, dass ich die Direct und auch das Spiel mega cool finde. Ja, also sehr, sehr coole Features. Zum Beispiel die neuen Power-Ups mit Seifenblasen und der Elefant und der Schrauberhut oder sonst so was. Dann gibt es auch noch so einen Easy-Mode mit Yoshi und Nubbit, was ich ganz insbesondere für die Kinder cool finde. Also meine Sünden spielen auch gerne Jump'n'Run verzweifelt, aber häufig einfach manchmal in der Schwierigkeit, wenn man irgendwie Stacheln bekommt. Und Yoshi und Nubbit haben halt eben dann die Möglichkeit, keinen Schaden zu bekommen. Also klar, wenn man irgendwo runterfällt, ist man auch tot. Aber bekommt man eben halt keinen Schaden durch andere Gegenstände. Aber diese Charaktere können eben halt auch keine Power-Ups verwenden, was so ein bisschen ein Nachteil ist an der ganzen Geschichte. Aber ich denke, für Kinder insbesondere ist das sehr, sehr cool. Es gibt dann ja doch so ein kleines Online-Feature. Man kann nicht wirklich in Koop spielen, aber man kann zum Beispiel ein Online-Rennen gegen seine Kumpels machen, die dann als Geister auftauchen. Und man kann auch irgendwie Levels nicht wirklich zusammenspielen, aber in der gleichen Welt joinen. Ich bin nach wie vor immer noch, finde ich schade, dass kein Online-Koop dabei ist. Klar, für den einen oder anderen, die brauchen das nicht. Ist doch absolut verständlich. Aber ich denke, das hätte man als Feature noch mit einbauen können. Aber ist ja nicht so. Habe ich in dem letzten Video mal schon was zu gesagt, verlinke ich euch hier oben. Aber es gibt halt auch eine Online-Funktion, nur nicht eben den Online-Koop-Modus, so wie man sich halt vorstellen könnte. Ich bin mega gehypt auf das Spiel, muss ganz ehrlich sagen. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und wie vorhin schon erwähnt, es gab ja auch irgendwie keinen Crunch für die Entwickler. Und ich glaube, da hat Nintendo wirklich alles richtig gemacht. Dann gab es ja im Vorfeld schon die Info, dass es eben auch eine neue OLED geben muss. Und wir haben natürlich Special Edition bisher gehabt. Ich habe die ja auch hier hinten alle stehen. Splatoon 3, was meine Lieblingsedition ist. Also vom Design auf jeden Fall. Dann haben wir die Pokémon-Edition und Zelda-Edition. Die alle in allem, einer findet die hübsch, einer findet die hässlich. Aber irgendwie ihre Daseinsberichtigung als Special Edition im besonderen Design haben muss. Vor der Direct haben wir noch so geschmunzelt, weil die letzte Switch Edition war ja auch einfach nur rot-blau mit einer Tasche dazu. Und ja, es gibt ab 6. Oktober ein neues OLED-Modell zu einer Special Edition für Mario. Aber sie ist einfach nur rot. Hinten auf dem Dock haben wir noch ganz klein, links unten, ein Mario in so einer Schattenform. Und unter dem Dock-Verschluss haben wir Hidden Coins. Ich verstehe den Sinn schon. Das sind dann eben halt Coins aufgedruckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Also das ist für mich keine Special Edition. Die ist halt einfach nur rot und da ist Mario vorne drauf. Die letzten Editionen waren auch wirklich cool. Also man muss die Zelda nicht mögen, man muss die Pokémon auch nicht mögen, man muss die Splatoon auch nicht mögen. Aber ich kann es wirklich... Also wir waren das so im Stream und viele haben auch gesagt... Nochmal, Geschmäcker sind verschieden. Es gibt bestimmt Leute, die das cool finden, die einfach nur eine rote Dock haben will ohne großartige Schnörkel. Verstehe ich. Ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Nur so eine Special Edition und gerade mit eines der größten Franchise von Nintendo hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Design gewünscht. Und nicht einfach nur rot und hinten auf dem Dock und unterhalb dem Dock auch noch dann die Coins zu machen. Ich werde es einfach nicht verstehen können. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Wie gesagt, aufgrund der letzten Edition habe ich vor dem Stream noch so einen Spaß gemacht. Also im Stream, bevor die Direct angefangen hat, dachte ich ja, wahrscheinlich hauen die wieder nur so ein rotes Ding raus als Spaß. Weil ich mir gedacht habe, okay, die letzte Edition sahen ja ganz cool aus. Die Docks hatten mal wieder was anderes. Hinten die Backplate hatte mal was anderes. Die Joy-Cons sehen mal anders aus und jetzt kriegen wir einfach nur eine rote Version. Also ja, für mich nicht nachvollziehbar. Aber wie ihr seht, ich habe ja die Special Edition alle, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Die werde ich mir schenken, tatsächlich diese rote, weil ich sie auch einfach persönlich nicht als Special Edition ansehe, wenn ich das mal so sagen mag. Aber eure Meinung interessiert mich dazu. Ihr dürft die schön finden, gar keine Frage. Das ist ja auch, wie auch Geschmäcker sind, verschieden. Und ja, da bin ich mal auf eure Meinung tatsächlich gespannt. Und ich bin mal gespannt, wie das am Ende des Tages dann ausfallen wird.